Hallo und einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Mein Name ist Sauberatzi, herzlich willkommen bei AGF Radio TV. Ja, wie immer für zuerst der Wetterbericht ist es eisekalt und irgendwie, irgendwer hat vergessen in seinem Auto Frostschutzmittel in das Scheibenmischwasser zu tun und jetzt habe ich einen wunderschönen, citrusfrischen Eisblock im Auto. Das tut zwar eigentlich gar nichts zur Sache, aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Mach das nicht, weil ansonsten habt ihr Probleme mit der Scheibenreinigung. Na gut, okay, jetzt habe ich mich völlig entblößt als Winterdepp. Es war jede Menge los diese Woche und das schauen wir uns jetzt an. Wir fangen an mit Freiwill. Die haben einen Broncos-Song geschrieben, also nicht die Denver Broncos, wie der eine oder andere vielleicht denken mag, sondern die Broncos Eishockey-Team aus Sterzing. Die haben einen exklusiven Freiwill-Check bekommen. Den gibt es nix zu kaufen, außer im Rookies & Kings Store in Brixen. Also wer den unbedingt haben will, der sollte dort Schnellstands hinfahren. Es wird nichts reserviert und nichts verschickt. So haben sie es auf ihrer Facebook-Seite geschrieben. Also, falls Interesse besteht, hinfahren und das Ding holen. Mal wieder ein kleiner Veranstaltungshinweis. Es gibt mal wieder ein Charity-Konzert, beziehungsweise ein Rock-Konzert, um zu helfen. Lautstark gegen Krebs heißt das Motto dieses Konzertes. Es findet am 13. und 14. Oktober statt. Und unter anderem sind mit dabei Hämatom, Unantastbar, Letzte Instanz und noch einige andere. Mehr Tickets sind schon erhältlich und es gibt sogar auch so komplette All-in-One-Pakete mit Hotel und Frühstück und allem drum und dran. Ich habe euch die Facebook-Seite dazu mal unten verlinkt, dass ihr da mal nachgucken könnt. Unherz verschieben ihren Album-Release. Ursprünglich war angedacht, der dritte, zweite, jetzt wird es der siebzehnte, zweite, also zwei Wochen später. Und warum? Einfach, weil die Nachfrage so riesengroß ist, irgendwie die Boxen sind kurz vorm Ausverkauf, damit hätten sie selber nicht gerechnet. Die wollen aber, dass alle Boxen gleichzeitig rausgehen und deswegen wird der Release nochmal um zwei Wochen nach hinten verschoben. Und dann bekommt auch jeder seine CD und seine Box pünktlich zum Release-Tag. Hangar X, die waren ja letztes Jahr mit Seitenfeuer und Ventera schon auf Tour. Jetzt geht's nochmal alleine los und zwar auf eine kleine Club-Tour zusammen mit ihrem Support Simflut, den Flyer. Seht ihr hier neben mir durchs Bild huschen und alle Informationen, selbstverständlich wie immer, unten. Ja, und noch ein kleiner Veranstaltungshinweis, das Pogo-Festival findet in rund eineinhalb Wochen statt. Sichert euch noch die letzten Tickets, alle Infos dazu unten in der Infobox. Und auch Ohrentot stehen relativ kurz vor dem Album-Release. Dieses Zuckerbrot und Peitschniebe, diesmal habe ich es richtig ausgesprochen, steht kurz vor der Veröffentlichung. Und dazu gibt es noch ein paar Informationen und zwar, erstens ist es jetzt vorbestellbar. Zweitens sind auch schon die Tickets vorbestellbar für die CD-Release-Party. Drittens wird es ein Special dazu geben mit meiner Wenigkeit und der halben Band, drei Fünftel. Die kommen zu mir nach München und wir verbringen hier einen wunderschönen Abend mit euch und natürlich auch dem neuen Album. Außerdem hat sich bei den Tour-Terminen nochmal ein bisschen was verändert. Läuft neben mir durchs Bild und ist unten verlinkt, dass ihr nochmal nachschauen könnt, ob alles beim Alten geblieben ist. Ferdin Dörnberg sollte ja eigentlich jedem ein Begriff sein. Der wuselte ja eigentlich überall so rum. Bei Gerbholz war er schon mit dabei, bei Rotz und Wasser steht er regelmäßig mit auf der Bühne. Und noch ganz viele andere Sachen hat er gemacht. Ist ja auch Mitglied der Band Axel Rudi Perl. Und jetzt gibt es von ihm eine Kinder-CD. Aber keine normale Kinder-CD, sondern er hat sich jede Menge Größen der Rock- und Deutschrockmusik geholt. Also Gerbholz sind dabei, Rotz und Wasser sind dabei, Berserker, Axel Rudi Perl natürlich und auch ganz, ganz, ganz viele andere mehr. Und das hat er in eine Kinder-CD verpackt. Wie sie das Ganze anhört, wissen wir auch noch nicht. Wir haben noch nichts davon hören können. Aber im März soll es soweit sein. Schreibt er auf seiner Facebook-Seite und wir halten euch selbstverständlich auf den Laufenden, falls es da neue Informationen zugibt. Ja, das Thema der Woche. Der Hockenheimring bzw. das Onkels-Festival auf dem Hockenheimring bzw. es hat ja jetzt einen Namen. Matapalos soll es heißen oder wird es auch heißen. Dazu gibt es nämlich schon ein entsprechendes Plakat. Es wird, wie wir alle schon mitbekommen haben, auf dem Hockenheimring stattfinden, 16. oder 17. Juni. Die Onkels werden Headliner sein an beiden Tagen. Sie haben sich auch auf Verstärkung geholt. Mit dabei sind unter anderem Slayer, Papa Roach, Suicidal Tendencies, Ignite und noch einige andere mehr. Aber letzte Band hat ihren Auftritt leider schon wieder abgesagt. Sie haben auf ihrer Facebook-Seite geschrieben, dass sie irgendwie vor Monaten schon die Anfrage von einem Festival bekommen haben. Und es handelt sich dann wohl um dieses Festival. Und dass sie aber nicht wussten, wer die bösen Onkels sind. Also es ist jetzt kein O-Ton, sondern ich gebe das sinngemäß wieder. Und dass sie sich damit ein bisschen auseinandergesetzt haben und diesen Auftritt jetzt wieder canceln werden. Was sagt ihr zu der ganzen Geschichte? Hättet ihr euch auf Ignite gefreut? Glaubt ihr, es werden vielleicht noch andere absagen? Was erhofft ihr euch von dem Festival? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Würde mich und euch wahrscheinlich auch brennend interessieren, wie da andere so drüber denken. Da liest man ja schon wirklich die unterschiedlichsten Meinungen bei Facebook. Und wir sind gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Ob alle Bands auch tatsächlich dort spielen, die bis jetzt bestätigt sind. Und vor allem, wer da noch bestätigt wird. Wir halten euch auf dem Laufenden. Kommen wir zum letzten Thema. Die Egoisten oder Egoisten, so könnte man es auch sagen, suchen einen neuen Bassisten. Ja, und den suchen sie ziemlich schnell. So steht es auf ihrer Facebook-Seite. Den entsprechenden Flyer dazu seht ihr hier und ist unten verlinkt, damit sich der oder die Bassistin entsprechend bewerben kann. Ja, in Sachen Festival hat sich ein bisschen was getan. Auf dem Alpenflair wurde eine neue Band heute bestätigt. Die kann ich euch nicht nennen, aber einblenden, da ich die News natürlich vor Montag 18 Uhr aufnehme. Aber durch etwas Videomagie kann ich es natürlich noch einfügen. Ja, es ist nicht wirklich Magie, aber ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall seht ihr es hier gerade neben mir eingeblendet. Und das Roxberg findet auch dieses Jahr wieder statt auf dem Boxberg im Harz. Enorm, sind zwar glaube ich nicht offiziell bestätigt, aber werden auf jeden Fall dabei sein, weil das Ganze ist ja so ein ESC-Enorm-Ding. Und die Thekenpoleten, die auch schon treue Begleiter auf der 10-Jahre-Tour waren, werden auch mit am Start sein. Tickets sind limitiert auf 200 Stück, also schnell sein. Termine gibt es am Wochenende gar nicht so viele, zumindest die, die ich so mitbekommen habe. Falls euch welche fehlen, benutzt gerne die Termine-Eintragen-Funktion auf unserer Homepage oder ladet einfach mein Privatprofil zu sämtlichen Veranstaltungen, die auch nur annähernd was mit Deutschrock zu tun haben, ein. Und dann kommen die auch hier am 28.01. ist das DRR Kick-Off 2017 von Delirium. Ist schon ausverkauft, aber trotzdem, der Vollständigkeit halber, darf das ruhig hier mit drin sein. Außerdem laden Bremsspur auch zum Konzern in Kissing. Und damit wären wir auch schon am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr wird euch ausreichend informiert. Falls ja, dürft ihr uns das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Falls nein, dann halt auch einen Daumen nach unten, je nachdem, wie ihr das so möchtet. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne eiskalte Woche. Zu Wochenende hin soll es endlich wieder schöner werden. Dann kann ich wieder Drohne fliegen. Ja, es gibt dann auch wieder neue Aufnahmen. Ihr könnt ja mal auf meinem Sauber-Azi-Profil unten verlinkt gerne mal Gefällt mir drücken. Dann kriegt ihr alles mit, was ich so in Sachen Video mache. Was auch nicht immer nur was mit Deutschrock zu tun hat. Aber natürlich irgendwie so hauptsächlich, ist ja ganz klar. So, in diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Mittag, Morgen, wann auch immer. Wir hören uns morgen zum Kerpol-Special. Ach du je, das hätte ich fast vergessen. Genau, morgen Dienstag, 20 Uhr, Kerpol-Special zur neuen CD, Überdosis Leben. Und führe ich jetzt gleich noch Interview. Bin mega gespannt, was mir die Jungs sozusagen haben. Und dann, genau, hören wir uns morgen entweder zum Kerpol-Special, exklusiv die neuen Songs. Nicht verpassen oder sehen uns nächsten Montag wieder zu den Nachrichten. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Euer Sauber-Azi.